Musik Herzlich Willkommen zum zweiten Teil meiner neuen Reihe One Day In. Heute One Day In Hasgrun. Ja, leider haben wir heute nicht das beste Wetter, aber ich werde mal versuchen von der Aussicht dann morgen früh noch ein paar Videos zu machen. Ja, Hasgrun liegt im Norden des Libanon, wird auch von den Leuten hier sehr sehr oft genannt als die Rose der Berge. Das liegt daran, dass die Dächer hier nahezu alle rot sind. Ja, und die Leute hier sagen auch, dass man das Wasser, was hier aus dem Brunnen kommt, auch trinken kann. Soll also sauberes Trinkwasser sein aus einer Quelle. Musik Nachdem ich euch gestern ja schon Beirut gezeigt habe, sind wir jetzt in den Norden des Libanon gereist und zunächst werde ich euch mal die Aussicht von hier zeigen. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Ja, gestern waren wir auch noch oben in den Bergen, haben wir uns noch die Zedernbäume angeschaut. Das werde ich, denke ich, gegen Ende des Videos auch noch reinschneiden. Das werde ich, denke ich, gegen Ende des Videos auch noch reinschneiden. Das werde ich, denke ich, gegen Ende des Videos auch noch rein. Das werde ich, denke ich, gegen Ende des Videos auch noch rein. Das werde ich, denke ich, gegen Ende des Videos auch noch rein. Das werde ich, denke ich, gegen Ende des Videos auch noch rein. Das werde ich, denke ich, gegen Ende des Videos auch noch rein. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.